Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Unterrichtsreihe zum Thema Funktionsuntersuchungen oder wie man auch sagt Kurvendiskussionen. Diese Unterrichtsreihe ist für die E-Phase des Gymnasiums geplant und ich möchte hier einige wichtige Fachbegriffe einführen sowie einige Verfahren erläutern, die grundlegend sind für die Anwendung der Differenzialrechnung für solche Funktionsuntersuchungen. Wir wollen jetzt in diesem Video mal beginnen mit den markanten Punkten, die ein Graph haben kann und ich habe mal hier ein Beispiel, eine Beispielfunktion eingeführt. Die Funktionsgleichung lautet, die 5 können wir mal ignorieren hier, die liegt daran, dass ich hier im GTR einige Beispiele schon vorher eingeführt habe. Wir können also die Gleichung einfach lesen als f von x gleich x plus 1 in Klammern zum Quadrat mal x minus 2. Wir haben in der Differenzialrechnung bereits gelernt, dass solche Funktionen ganz rationale Funktionen oder wie man auch besser sagt Polynomfunktionen sind. In diesem Fall ist es eine Polynomfunktion dritten Grades und der Graph ist hier geplottet worden und wir wollen uns einmal einige charakteristische Punkte des Graphen anschauen. Zunächst mal fällt auf, dass der Graph an zwei Stellen mit der x-Achse Kontakt hat. Hier an dieser Stelle berührt der Graph die x-Achse. Das bedeutet, die x-Achse ist Tangente und ganz offensichtlich scheint das hier die Stelle minus 1 zu sein und der Punkt hat dann die Koordinaten minus 1 und 0 und wir sprechen in diesem Fall dann bei minus 1 von einer Nullstelle. Minus 1 ist also eine Nullstelle und dies ist dann ein Berührpunkt des Graphen mit der x-Achse. Etwas anders sieht die Situation hier aus. Wir haben ja hier die Stelle 2 und der Punkt hier hat die Koordinaten 2, 0. Das bedeutet, hier geht der Graph durch die x-Achse durch, das heißt, dies ist ein Schnittpunkt mit der x-Achse. Wir haben also hier einen Schnittpunkt mit der x-Achse und hier einen Berührpunkt mit der x-Achse. Die x-Koordinate jeweils, also 2 hier und minus 1 hier, heißt jeweils Nullstelle und die Punkte heißen Berührpunkt mit der x-Achse oder Schnittpunkt mit der x-Achse hier. Ja, was fällt noch auf? Weitere charakteristische Punkte. Also ein wichtiger Punkt ist auch der Schnittpunkt mit der y-Achse, der liegt ganz offensichtlich hier. Und zwar ist das der Punkt mit den Koordinaten 0 und minus 2, also 0 auf der x-Achse und minus 2 auf der y-Achse. Und minus 2 nennt man in diesem Fall auch den Achsenabschnitt. Der Schnittpunkt mit der y-Achse hat die Koordinaten 0 und minus 2 und die zweite Koordinate ist der sogenannte y-Achsenabschnitt. Man kennt das auch von den Geraden, aber hier bei einer ganz rationalen Funktion dritten Grades nennt man das auch den y-Achsenabschnitt. Ja, was haben wir noch an interessanten Punkten? Hier fällt zunächst mal auf, dass der Graph hier einen lokalen Hochpunkt hat, wie man sagt. Ja, wenn wir uns mal vorstellen, dies wäre ein Berg und ein Tal, dann steigen wir also hier herauf und dann landen wir schließlich hier auf dem höchsten Gipfelpunkt. Das ist natürlich nicht der allerhöchste Punkt des Graphen, sondern hier geht es ja noch wesentlich höher bis nach oben weiter, aber wir können hier von einem lokalen Gipfel sprechen und deswegen spricht man hier auch von einem lokalen Hochpunkt. Wir werden die Terminologie beim Hochpunkt in Kürze in einem weiteren Video noch kennenlernen. Also dies ist ein lokaler Hochpunkt hier, denn wir müssen bis dahin steigen. Wir kommen also immer von der negativen, vom negativen Bereich hier. Wir gehen in Richtung dieser x-Achse und da müssen wir hier zunächst einmal steigen, bis wir an diesem lokalen Hochpunkt sind und jetzt geht es wieder runter bis in diese Talsohle hier und der tiefste Punkt, das ist dann ein lokaler Tiefpunkt. Lokal deshalb, weil hier geht es ja auch noch weiter runter. Ein Tiefpunkt, der am tiefsten bei dem Graphen insgesamt ist, wäre dann ein globaler Tiefpunkt, analog ein globaler Hochpunkt. Aber hier sind es wirklich nur lokale Punkte und wir werden mithilfe der Differenzialrechnung in dieser Unterrichtsreihe lernen, wie man solche lokalen Hochpunkte beziehungsweise lokalen Tiefpunkte exakt bestimmen kann. Also hier scheint das so bei 1 der Fall zu sein, bei 1 ist der lokale Tiefpunkt und der Funktionswert, der scheint hier so bei minus 4 zu liegen und hier der lokale Hochpunkt, da ist die x-Koordinate minus 1 und die y-Koordinate 0. Das hatten wir eben schon festgestellt, weil dieser lokale Hochpunkt hier gleichzeitig der Berührpunkt mit der x-Achse ist. Dann gibt es noch einen interessanten Punkt, der jetzt in dieser Unterrichtsreihe noch nicht so wesentlich ist, aber das ist auch dieser Punkt hier und zwar nicht als Schnittpunkt mit der y-Achse, sondern man stellt fest, wenn man jetzt hier sich vorstellt, dass man diese Strecke, diese ganze Kurve mal mit dem Fahrrad durchfährt, dann kommt man ja hier an eine Rechtskurve und man muss hier eigentlich die ganze Zeit den Lenker so ein bisschen nach rechts halten, sodass wir hier eine Rechtskurve haben und an diesem Punkt hier geht dann der Graph, sprich unsere Strecke, in eine Linkskurve über. Ja, das ist also hier so in der Mitte zwischen Hoch- und Tiefpunkt, zwischen dem lokalen Hochpunkt, dem lokalen Tiefpunkt, ist also ein Punkt, der schließlich dazu führt, dass wir den Lenker von dieser Rechtshaltung hier in eine Linkshaltung umdrehen müssen, sozusagen, und dann haben wir hier eine Linkskurve. Und einen solchen Punkt, bei dem ein Graph von einer Rechts in eine Linkskurve übergeht oder umgekehrt von einer Links in einer Rechtskurve, den nennt man einen Wendepunkt des Graphen. Wendepunkte spielen dann später eine Rolle. In dieser Unterrichtsreihe geht es uns hauptsächlich zunächst mal um die Hoch- und die Tiefpunkte. Und noch etwas ist interessant, wir müssen ja hier bis zu diesem Hochpunkt erstmal klettern, können dann hier sozusagen runterrutschen, wenn wir möchten, und müssen dann wieder klettern. Und diese Eigenschaften des Graphen, die gipfeln in den Begriff der Monotonie einer Funktion. Wir werden uns jetzt im nächsten Video mit der Monotonie einer Funktion beschäftigen und sehen, eine Funktion ist streng monoton steigend, wenn der Graph hier so ansteigt, dann streng monoton fallend, wenn der Graph hier so fällt, und hier ist sie wieder streng monoton steigend und wir müssen noch eine genaue Definition der strengen Monotonie geben und wir müssen ein Kriterium entwickeln, wie wir mithilfe der Differenzialrechnung die strenge Monotonie bei einem bestimmten Graphen, sprich bei einer bestimmten Funktion, zeigen können. Wir beschränken uns in dieser Unterrichtsreihe zunächst auf Polynomfunktionen, also auf ganz rationale Funktionen, aber die Verfahren, die hier entwickelt werden, die können dann in der Qualifikationsphase des Gymnasiums auch entwickelt werden oder auch verwendet werden, um andere Funktionstypen zu untersuchen.